Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlo. Heute soll es jetzt nicht wirklich um den HotStock gehen, sondern eher um den interessanten Nebenwert aus China, nämlich um Antasports. Kennt der ein oder andere vielleicht von euch, allerdings ist es nach wie vor ein sehr unbekanntes Unternehmen, finde ich persönlich, obwohl es eigentlich der größte Sportmarkenhersteller in ganz China ist und weltweit auf Platz 3 nach Adidas und Nike. Zuallererst mal, man hat eine Market Cap von nicht ganz 50 Milliarden US-Dollar, über 40.000 Mitarbeiter, wurde 1991 gegründet und seinen aktuellen Sitz hat man in China. Beim Kurs darauf sieht man, dass eigentlich Antasports wirklich top performt hat über die letzten Jahre. Innerhalb nicht mal 10 Jahre hat man hier ein Plus von über 2000%, also man lässt hier Unternehmen wie Adidas und Nike, also die direkten Konkurrenten, weit hinter sich. Und auch sonst, bis auf kleinere Einbrüche, gab es ja eigentlich wenig, was die Aktie mal in den Keller geschickt hat. Der aktuelle CEO heißt Ding Shizong und ist zugleich der Co-Gründer von Antasports, hat 2018 die Ehrung erhalten, dass er eben zu den Top 10 Personen der chinesischen Wirtschaft gehört und 2014 war er auch noch Teil der 40 einflussreichsten Unternehmen von Fujian in 40 Jahren innerhalb der chinesischen Wirtschaftsreform. Das Geschäftsmodell ist relativ simpel, natürlich als Sportartikelhersteller betreibt man eben die Herstellung und den Handel von Sportartikeln, darunter gehören eben Marken wie Fila, Wilson, also die Tennisschläge oder auch Atomic, die Ski. Zu Fila muss man aber gänzenderweise sagen, dass Antasports lediglich das China-Segment gekauft hat von Fila und ansonsten ist Fila eigentlich nach wie vor ein eigenständiges Unternehmen. Ich muss auch sagen, früher war Antasports eher so eine Art Billigmarke, hat man natürlich oftmals auch einfach mit dem Ruf von China zu tun, so Made in China steht ja oftmals jetzt eher für billige Artikel, aber mittlerweile zieht man schon auch auf das höherpreisige Segment ab, stellenweise auch mehr schon in die Luxuskategorie oder halt spricht man auch Personen an, die etwas wohlhabender sind. Bei der Aktionärstruktur sehen wir, dass die Hälfte des Unternehmens, also von Antasports, der Antaholding gehört und ansonsten sieht man noch bekannte Namen wie Vanguard und Blackrock, die hier mit etwa 1% beteiligt sind. Man findet jetzt aber leider keine Beteiligung vom CEO, es wäre aber denkbar, dass der natürlich eine große Beteiligung an der Antaholding hält, da konnte man es leider nicht rausfinden, wie da die Aktionärstruktur oder halt allgemein das Eigentumsverhältnis ausschaut. Bezüglich der Produkte ist man hier relativ breit aufgestellt, man stellt hier schlichtweg einfach nur Schuhe oder auch Sportschuhe her, Ski, allgemein Winterausrüstung, Tennisschläge, Outdoor-Kleidung, Accessoires und auch schlichtweg einfach Streetwear-Kleidung, also für den Alltag. Von den Marken sieht es so aus, dass man eben Antarkids hat, das Ganze ist mehr so in die sportliche Richtung ausgelegt, dann vieler, vieler Kids, auch denkbar, einmal für die Erwachsenen, einmal für die Kinder und auch vieler Fusion, was dann ist mehr so die 15- bis 25-Jährigen ansprechen soll. Und dann Descent, Cologne Sport und Armour Sport, das ist mehr so Outdoor- und Sportbekleidung wiederum, aber diesmal jetzt eher im höherklassigen Segment, also was schon etwas teurer wird. Vom Geschäftsmodell sieht es so aus, dass man eben die Marken hier verschieden ausrichten möchte, zum einen, wie eben gerade schon erwähnt, hat man hier Antarkids und Antarsports, das Ganze soll jetzt eher für den Massenmarkt ausgerichtet werden, oder man möchte hier mehr den Massenmarkt ansprechen, zugleich soll das aber auch mehr in die sportliche Richtung ausgelegt werden, wenn hingegen jetzt Fila und Fila Kids und auch Fila Fusion so eine Mischung aus Casual, also der Alltagskleidung und der Sportbekleidung sein soll, aber schon mehr so im mittleren Preissegment sich befindet und zuletzt dann eben noch Descent und Cologne Sport und auch Armour Sports, wo hier mehrere verschiedene Wintermarken unter anderem und auch Sportmarken enthalten sind, das Ganze soll dann mehr in den High-End-Markt reingehen, also das teurere Segment soll aber auch größtenteils jetzt mehr in die sportliche Richtung gehen, weil großartig Outdoor-Kleidung zieht man jetzt im Alltag nicht wirklich an. Das Ganze vertreibt man hier auf verschiedene Arten und Weisen, man hat mehrere tausend Läden in ganz China, die Antalläden sind ungefähr 10.000, Fila sind 2.000, dann Descent und Cologne Sport sind so in etwa 150, 170 und damit ist man zumindest jetzt in China stärker vertreten als die Konkurrenten mit Nike und Adidas, zumindest jetzt stationär, was das angeht und somit hat man jetzt eben im stationären Handel eine größere Präsenz. Man verfolgt mit diesen Läden eine ganz bestimmte Strategie und zwar sieht so aus, dass man einfach die Läden, die halt wenig Ertrag abwerfen oder relativ unprofitabel sind, dass man die schließt, ist ja auch sinnvoll letztendlich, aber man möchte hier auch die ganzen Läden einfach anders gestalten, denn es soll mittlerweile einfach so sein, dass die optisch in die Richtung Fitnessstudios und Wellnesscenter gehen, dass man einfach ein bisschen dieses sportliche, dieses Gesundheitsgefühl hier erweckt im Kunden und somit eine angenehmere und passendere Atmosphäre eben für den Kunden erzeugen kann. Natürlich jetzt im Bereich der Outdoor-Kleidung soll das Ganze in den Läden mehr Richtung Berggebiet, Richtung Wandern erinnern, also versucht man hier quasi die ganzen Läden einfach mit dem zugehörigen Thema irgendwie auszustatten, um dann nochmal ein besseres Gefühl für den Kunden zu erzeugen. Man verkauft hier aber nicht nur über Läden, sondern sieht es auch so aus, dass man eben über Livestreams verkauft, auch über Social Media und natürlich den Online-Verkauf. Der Online-Verkauf ist sehr stark wachsend, der hat im letzten Jahr oder halt von 2019 auf 2020 über 50% zugelegt. Man plant hier auch, dass der dann die kommenden Jahre ungefähr 40% vom Umsatz ausmachen wird. Bezüglich den Marken hat man hier auch eigene Wachstumseinschätzungen, die man hier verfolgt. Zuallererst sieht es natürlich erstmal so aus, dass Fila und eben Anter anfangs deutlich schneller wachsen wird, als jetzt diese Outdoor-Bekleidung und High-End-Market-Kleidungen. Dafür sieht es aber auch so aus, dass sie dann früher oder später natürlich ein bisschen abflachen, weil einfach dann irgendwann der Markt auch relativ gesättigt ist oder da halt einfach nicht mehr so viel Wachstum vorhanden ist, während hingegen dann diese Outdoor-Bekleidung erst in den kommenden Jahren dann wirklich stark wachsen wird. Und hier erhofft man sich eigentlich noch deutlich mehr, da man in dem Markt noch gar nicht so tätig war, sondern erst über die Übernahmen dieses ganzen Firmen und Marken verteilt über die letzten Jahre. Bezüglich der Wachstumsstrategie, wie gerade schon erwähnt, verfolgt man hier verschiedene Ansätze. Zum einen natürlich das Umgestalten der verschiedenen Läden, das heißt der Schließen dieser ineffizienten Läden. Zugleich möchte man hier auch vermehrt eben auf neue Verkaufsplattformen ausweichen, denn man verkauft ja auf so Plattformen wie Tmall, also von Alibaba, aber natürlich ist das Ganze nicht so lukrativ, weil man dann immer was abgeben muss an Alibaba und somit verfolgt man auch die Ansätze, dass man eben Livestreaming-Events veranstaltet und halt auf Livestreaming-Plattformen das ganze Verkauf präsentiert und auch einfach eigene Domains und Webseiten hier aufbaut, um langfristig hier einfach die Margen zu verbessern. Des Weiteren ist man hier auch noch eine Kooperation eingegangen mit den Olympischen Winterspielen in Baixing. Und zwar hat man hier eine exklusiv lizenzierte Kollektion rausgebracht auf Basis der ganzen Nationalflaggen. Natürlich angelehnt an Sportkleidung oder das Ganze soll eben Richtung Sportswear gehen. Macht natürlich auch Sinn bei dem Thema. Und des Weiteren plant man auch noch eben für die Olympischen Spiele in Tokio ebenfalls sowas zu machen und hier seine Marke nochmal stärker zu präsentieren. Wäre natürlich ärgerlich, wenn die Olympischen Spiele in Tokio nicht stattfinden, denn da gibt es ja auch gemischte Meinungen, was das Ganze angeht. Aber selbst ohne dieses Event gefällt mir die Wachstumsstrategie von Antasports durchaus, weil sie einfach immer mehr quasi in den Online-Verkauf reingehen und an allen möglichen Ecken und Kanten versuchen quasi ihre Margen zu verbessern. Ich habe jetzt hier auch kurzerhand aus dem Artikel einfach mal die Geschichte von der Gründung von Antasports mit reingepackt, da es vielleicht doch den einen oder anderen interessiert, denn ich fand es ganz interessant, dass der hier ungefähr mit 1500 US-Dollar laute Schuhe gekauft hat, hat die dann rentabel wieder verkauft und daraus dann die Marke Anta gegründet, die ja mittlerweile mehrere Milliarden an Umsatz generiert. Und was ich hier durchaus interessant finde eben, dass jetzt nicht das Nike von China sein möchte, sondern er möchte das Anta der Welt werden. Das heißt, er möchte hier wirklich global eine ganze Marke aufbauen, die dann auf der ganzen Welt auch bekannt wird. Und man plant hier eben zumindest laut seiner Aussage bis 2025 einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar und so viel vorneweg, was den Umsatz angeht. Also momentan hat man so um 5 Milliarden US-Dollar, also hätte man hier eine Steigerung von nochmal 200 Prozent, was durchaus eine starke Ansage ist. In China spielt ja auch die Politik immer eine wesentliche Rolle, weshalb ich hier auch was kurz ansprechen möchte. Es kann natürlich Vorteil, aber auch Nachteil sein. Momentan sieht es so aus, als wäre es jetzt eher ein Vorteil für Anta, denn gerade die westlichen Hersteller oder halt die Marken der westlichen Welt und die zugehörigen Hersteller stehen natürlich immer in Konflikt mit China. Es gab ja vor kurzem, und ich denke, die meisten werden es auch mitbekommen haben, eben dieses Problem, was die Baumwolle hier angeht, oder halt diese Baumwolle, die man hier bezieht von China, denn da sollen ja eben diese Uiguren als Zwangsarbeiter eingesetzt worden sein. Und da wurde ja H&M förmlich aus ganz China wegradiert oder halt gestrichen, war eigentlich nirgends, wo mehr sofort zu finden, die Marke. Und dann gab es ja auch noch Boykottaufrufe gegen Nike, Adidas und Puma. Und folglich haben dann auch zahlreiche Influencer aus China die Verträge mit diesen Marken gekündigt, weil für diese Influencer wäre das Ganze natürlich schädlich, wenn man Verträge aufrechterhält oder nach wie vor Verträge mit Unternehmen eingeht, die sich kritisch über China äußern, also quasi dem eigenen Land. Und somit haben die dann kurzerhand auch ihre Zusammenarbeit beendet. Und diese Marken sind dann auch von zahlreichen großen E-Commerce-Seiten verschwunden und auch von den Regalen oder Innenregalen von vielen stationären Shops. Anteil hat dann was gemacht, was schädlich sein kann für die Entwicklung in der gesamten Welt, aber durchaus hilfreich für die Entwicklung in China, denn man hat hier kurzerhand eben seine Zusammenarbeit mit der Better Cotton Initiative gestrichen oder halt einfach gekündigt, denn diese haben sich hier ebenfalls kritisch oder halt gegenüber dem Beziehen der Baumwolle aus Xinjiang ausgesprochen. Und durch das, dass jetzt der Anteil eben das Ganze gekündigt hat oder diese Zusammenarbeit, möchte man einfach die Sympathie der Chinesen gewinnen, möchte hier dann Marktanteile von China gewinnen, denn man zeigt ja natürlich, dass man seinem Land treu ist, zu dem auch steht, wenn hingegen jetzt natürlich Nike und Adidas und auch Puma sich jetzt kritisch gegenüber dem Land geäußert haben und folglich kann man auch davon ausgehen, dass manche Chinesen dann einfach diese Marken unsympathisch halten und dann doch leichter bei Anteil einkaufen. Das Problem ist einfach nur das, dass man natürlich, wenn man sich jetzt auf die Seite von China stellt, die wiederum im Konflikt mit vielen anderen Ländern sind, oftmals dann in europäischen Ländern und auch Amerika, eher ein kritisches Bild weckt. Bevor ich weitermache, die kurze Bitte an euch, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal HotStockFlow zu abonnieren, falls euch das Video gefällt. Bei den Zahlen ist es natürlich nicht mehr so eine Wachstumsrakete wie andere Unternehmen, lässt sich natürlich auch schon anhand der Marktkapitalisierung ablesen oder könnte man sich schon denken. Gewachsen ist man hier ungefähr mit 12,2%. Man muss ja aber auch sagen, dass vieles hier durch Umrechnungseffekte oder einfach durch die Fremdwährungseffekte erzeugt worden ist. Dann hätte man das Ganze hier nicht in US-Dollar umgerechnet, wäre das Wachstum ungefähr so 5%. Also ist eigentlich 7% lediglich durch die Kursveränderung des Wechselkurses entstanden. Beim Brutto waren es dann nicht ganz 20%. Gewinn konnte man deutlich weniger steigern mit 3,6%. Folglich ging die Bruttomarsche nach oben und die Nettomarsche nach unten und in selbiger Höhe ging auch die Eigenkapitalquote nach unten wie die Nettomarsche. Von den Bewertungskennzahlen ist natürlich das KGV schon recht teuer erscheinend, aber wir sehen dann auch später im Konkurrenzvergleich, dass das momentan eigentlich gar nicht so teuer erscheint, wenn man es eben sich auf die Branche bezogen anschaut. KUV hier von 9 finde ich noch im Rahmen. Man muss natürlich sagen, dass einfach Corona für das Jahr 2020 das Wachstum schon gedämpft hat. Man konnte zwar im Online-Raum deutlich wachsen, aber man hat nach wie vor so einen großen Umsatz im Einzelhandel, dass das Ganze dann doch schon etwas gebremst hat. Ein KBV von 13 könnte auch billiger sein, selbiges beim KCV, aber die Pack-Ratio von nicht ganz 1 lässt dann doch wieder darauf deuten, dass sich einfach das Wachstum in den kommenden Jahren wieder bessern dürfte. Der Piotrowski F-Score hier mit 5 ist zu im mittleren Umfeld, ist in Ordnung, aber ist auch nicht bahnbrechend. Das Bild der 5-Jahresentwicklung sieht eigentlich doch recht positiv aus. Natürlich 2019 ist das Ganze ein bisschen in Stocken geraten, aber man sieht hier schon von 2016 bis 2020 konnte man nicht ganz 200% wachsen. Von dem her eine durchaus sportliche Ansage eben von dem CEO, dass er ja bis 2025 nochmal um 200% wachsen möchte. Das heißt noch stärker als es eh schon gewachsen ist, was natürlich nochmal deutlich schwieriger ist, weil man ja jetzt schon so viel Umsatz erzielt, nochmal so viel Wachstum an den Tag zu legen. Von dem her bleibt die Wachstumsgeschichte durchaus spannend. Beim Gewinn natürlich 2019, 2020 geriet es hier ordentlich in Stocken, weil es einfach ein hartes Jahr war und man hier gewisse Sonderausgaben und Sondereffekte hatte. Aber deshalb kann man auch davon ausgehen, dass das natürlich die kommenden Jahre nicht mehr so sein wird. Oder man geht zumindest davon aus, dass die Pandemie natürlich irgendwann mal ablässt und dementsprechend sich das Ganze dann auch bezüglich dem Wachstum im Gewinnbereich sich in den Normalzustand zurückentwickelt. Bezüglich der Segmenteverteilung sieht es so aus, man unterteilt hier in Anta, Fila und die ganzen anderen Marken, die man eben hat. Und da sieht man schon, wie gerade angesprochen, wenn man das Ganze hier overall anschaut, dass es ungefähr 4,7% sind. Was man hier gewachsen ist, hätte man das Ganze nicht umgerechnet. Man sieht aber auch, dass Anta ungefähr 10% zurückgegangen ist, während hingegen jetzt Fila fast 20% gewachsen ist und alle anderen Marken über 35%. Von dem her ist Anta sogar eigentlich momentan eher das schlechteste Segment. Und man sieht auch folglich, dass Fila mittlerweile eigentlich das Segment oder quasi die Marke ist, wo man hier am meisten Umsatz erzielt, mit nicht ganz fast 50%. Aber hier muss man natürlich auch wieder sagen, dass momentan einfach der Fokus auf Fila liegt. Da möchte man einfach eine große Marke draus bauen. Anta ist jetzt wirklich mehr für den Massenmarkt gedacht und wird vor allem auch im stationären Handel verkauft. Man hat es gesehen anhand der Lädenanzahl. Das war ungefähr das Fünffache hier von Fila oder halt der Fila-Marke, was man hier hat. Somit kann man auch davon ausgehen, dass einfach durch die Beschränkungen im stationären Handel da der Umsatz deutlich zurückgegangen ist und deshalb dürfte auch eben 2021, 2022 und halt die kommenden Jahre Anta auch wieder wachsen. Bei der Verschuldung sieht es so aus, dass Fremdkapital und Eigenkapital fast gleich sind. Beides nicht ganz 4 Milliarden US-Dollar, Summe der Verschuldungsgrad ein bisschen mehr als 100%. Man hat hier aber keine Nettoschulden, aber selbst wenn man überhaupt keine Cashreserven hätte oder halt keine liquiden Mittel, würde die Finanzverschuldung gerade mal so 150% betragen. Von dem her wäre dieses Ergebnis auch noch vollkommen im Rahmen. Für den Konkurrenzvergleich habe ich logischerweise einfach mal Nike hergenommen, die größte Sportmarke ja weltweit. Und hier sieht man schon Marketcap-technisch ist das nochmal eine ganz andere Ebene mit über 200 Milliarden US-Dollar, auch im Bereich des Umsatzes und des Gewinns. Wachstumstechnisch sieht man, dass die fast gleich auf waren, allerdings Nike noch ein bisschen schneller gewachsen im Vergleich zum Vorjahr, wohingegen jetzt bei Anta Sports die Bruttomarsche deutlich besser ist. Was mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, ein KUV ist dann hier Anta deutlich teurer und vom KGV sind sie fast gleich auf, aber da ist Anta ein bisschen günstiger. Also man sieht schon, von den Bewertungskennzeilen hat natürlich erstmal, was das KGV angeht, recht teuer gewirkt, aber man sieht hier schon, dass auch Konkurrenten wie Nike nicht mehr ganz günstig bewertet sind. Bezüglich dem Konkurrenzvergleich habe ich mir hier noch ergänzend angeschaut, welche Marktanteile die jeweiligen Unternehmen im Sportsegment haben in China und hier sieht man schon, dass Nike und Adidas momentan den Markt noch relativ dominieren mit einmal 22,9 und 20,4%, aber Anta Sports folgt hier eigentlich dicht drauf mit 16,4 und dann kommt lange eigentlich nichts mehr und aus dann kommt Skechers und andere Marken, aber man sieht hier schon, dass diese drei Marken, also Nike, Adidas und Anta, eigentlich das Sportmarkensegment dominieren. Bezüglich der Marktgröße oder halt der Marktchancen habe ich mir einfach mal angeschaut, wie viel Umsatz denn jährlich das Sportmarkensegment erzielt in China und da sieht es so aus, dass 2019 das umgerechnet in US-Dollar ungefähr 50 Milliarden US-Dollar waren. Man sieht ja auch, wachstumstechnisch hat das in den letzten Jahren sogar noch ein bisschen zugelegt, konnte auch immer zweistellig wachsen, von dem her kann man hier durchaus schon von dem stark wachsenden Markt sprechen und man muss ja auch noch natürlich sagen, dass das wirklich das Sportmarkensegment ist, denn Anta Sports ist ja mittlerweile nicht nur eben in Sportmarken tätig, sondern auch ganz normale Streetwear und auch Outdoor-Bekleidung, also sowas wie Wandern und Camping die Richtung. Von dem her dürfte hier der Markt noch deutlich größer sein, weshalb man davon ausgehen kann, auch wenn man es nicht schafft, jetzt eben Nike und Adidas zu verdrängen, dass man hier nach wie vor noch viel Platz zum Wachsen hat. Ein Risiko möchte ich ja auch noch erwähnen, China ist natürlich oftmals, was die Transparenz angeht, nicht gerade das Idealbeispiel und so ist es eben auch passiert, dass Madi Waters im Jahr 2019 veröffentlicht hat, dass Anta Sports hier eben seine Bilanz ein bisschen aufhübscht, die ganzen Margen ein bisschen besser auszeichnet, als sie wirklich sind durch gewisse Geschäftspraktiken, die eigentlich jetzt nicht so sein sollten. Der Kurs ist dann auch deutlich nach unten gegangen, um 10%, aber es hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich relativ wenig an der Sache dran war. Man sieht auch, Anta Sports ist seitdem wieder Blenden gelaufen. Man muss natürlich sagen, gerade die chinesischen Unternehmen sind oftmals im Visier der ganzen Short-Seller, weil natürlich einfach amerikanische und europäische Anleger, was dieses Land angeht, sehr steckhaft sind und damit dann, sobald sowas veröffentlicht wird, gleich verkaufen, weshalb da die Short-Seller im asiatischen Bereich sehr erfolgreich eigentlich damit sind. Was für die Aktie spricht, ist zum einen eben, dass das Unternehmen gründergeführt ist und auch die neuen Pläne könnten das Wachstum steigern, also dass man quasi die verschiedenen Marken hier individuell ausrichten möchte, auch vermehrt eine eigene Online-Präsenz aufbaut und auch eigene Webseiten, zugleich mehr Umsatz aus dem Online-Segment generieren möchte und man muss ja auch noch sagen, dass man sehr breit aufgestellt ist, das heißt sowohl im Massenmarkt als auch im High-End-Markt und von Casual bis Outdoor ist eigentlich alles dabei. Was gegen die Aktie allerdings spricht, ist natürlich, dass man hier starke Konkurrenten hat mit Nike und Adidas. Die Expansion könnte natürlich auch schwer werden durch diesen politischen Schritt, was man hier bezüglich der Baumwolle begangen hat und des Weiteren kann man auch davon ausgehen, unabhängig von dem, dass natürlich Nike und Adidas und auch Puma nicht tatenlos zusehen werden, wie Antasports dann versucht im europäischen und auch amerikanischen Markt dann eben Fuß zu fassen und des Weiteren gibt es hier natürlich auch noch politische Risiken, denn China steht ja oftmals im Konflikt, vor allem mit Amerika, weshalb es da dann immer wieder zu Problemen kommen könnte. Bezüglich dem Fazit sieht es so aus bei mir, dass ich hier im Kurslauf volle Punkte gegeben habe. Ich denke, hier muss man wenig erklären, denn die Performance in den letzten Jahren war wirklich top. Dem CEO habe ich hier auch volle Punkte gegeben, hat ja schon mehrere Auszeichnungen erhalten, ist zugleich auch noch schnell Gründe, von dem her auch noch emotional deutlich mehr am Unternehmen gebunden. Aktionärstruktur habe ich hier einen Punkt gegeben, denn es ist halt für mich unklar, ob jetzt wirklich bei dieser Holding große Insider-Beteiligung vorhanden sind, wie das Ganze geregelt ist, wem das alles gehört, weshalb man hier eben nur Vermutungen anstellen kann, wie sich das alles verteilt hat und dementsprechend gibt es eben nur den einen Punkt auf die Beteiligung von BlackRock und Vanguard. Geschäftsmodell habe ich hier drei Punkte gegeben, ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung. Ausschlaggebend war für mich, dass man statt zwei Punkten drei Punkte erhält, einfach der Faktor, dass man das Ganze digitaler ausrichten möchte, einfach diese Läden auch so ein bisschen themenbehaftet, also so Richtung Themenparks dann schon gestalten möchte und einfach nicht nur schlichtweg seine ganz normalen Sportläden hat, was das Ganze noch ein bisschen abhebt zur Konkurrenz. Der finanziellen Lage habe ich hier volle Punkte gegeben, der Verschuldungsgrad war es nicht optimal, aber ich finde bei einem Unternehmen wie Antasports, was ja schon Gewinne erzielt und auch schon hochgradig profitabel ist, ist das Ganze nicht mehr so dramatisch zu sehen, Zahlen habe ich hier einen Punkt abgezogen, aufgrund der einzelnen Faktoren, dass eben Gewinn jetzt nicht so stark wachsen konnte und auch die Eigenkapitalquote rückläufig war, aber hier muss ich einfach fairerweise auch wieder sagen, dass das natürlich nur der momentane Stand ist und man davon ausgehen kann, dass das Wachstum sich an das Vergangene wieder anschließen wird, vor Corona, dementsprechend sind es eigentlich schon fast vierer Halbpunkte, was sich hier gebe. Bewertung zum Wachstum gab es hier zwei von drei Punkten, einfach aus dem Grund, und ich finde man wächst zwar verhältnismäßig stark, also für die Unternehmensgröße und auch für die Branche, kann da auch gut mithalten mit den Konkurrenten wie Nike, allerdings jetzt ein KGV von 60, klar wir haben gesehen, die Branche ist nicht mehr günstig bewertet, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich schon mittlerweile etwas sportlich. Zukunft habe ich hier drei von fünf Punkten gegeben, der Markt ist relativ groß und auch stark wachsend, aber für mich, was die Zukunft angeht, ist natürlich immer ein bisschen fraglich, inwieweit die chinesische Politik hier mit reinspielt, und inwieweit es auch die Konkurrenz hier mit mischt, denn man sieht schon bei der Konkurrenz habe ich hier zwei Punkte abgezogen, denn es ist natürlich schwer, jetzt einen großartigen Burggraben aufzustellen in diesem Sportmarkensegment oder allgemein im Kleidungssegment und gerade eben Nike und Adidas haben da auch noch ein großes Wort mitzureden. Somit komme ich auf ein Ergebnis von 21 von 30 möglichen Punkten. Heute gibt es ausnahmsweise leider keine Audio von Daniel, ist jetzt nur in diesem Video, wird ab nächstem auch wieder zu hören sein, aber man sieht ja auch von der Bewertung, sieht er es ähnlich wie ich, lediglich bei der Aktionärstruktur hat er einen Punkt mehr gegeben, beim Geschäftsmodell einen Punkt weniger und dafür bei der Zukunft noch einen mehr, aber im Großen und Ganzen hat er eigentlich eine relativ ähnliche Sichtweise wie ich und kommt da auch gerade mal auf einen Gesamtpunkt mehr, also auf 22 von 30 möglichen Punkten. So viel war es meinerseits zu AntaSports, ich hoffe euch hat die Analyse gefallen, wenn ja, würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal HotStockFlow abonniert. Abschließend lässt ich nur noch eines sagen und zwar danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.